es geht ab hier ganz herzlich willkommen zu diesem kleinen live stream ankündigungs video es ist jetzt eine woche her wo ich den live stream zu teilen vor zwei der story gemacht habe und wir sind bis hierhin gekommen also hier bei der fünf mission müssen wir noch ein bisschen machen und vier ganze haben wir noch vor uns und da wollte ich heute am samstag den 5 november also genau heute wo ich das video veröffentliche wird der stream weitergehen um 22 uhr 30 werde ich diesmal anfangen dann habe ich noch ein bisschen luft das alles vorzubereiten weil letztes mal war es ein bisschen knapp da wollte ich sogar fünf minuten vorher anfangen dann wurde es am ende aber doch genau 22 uhr 20 also 22 uhr 30 heute abend samstag den fünften november dann geht es mit der story weiter von titanfall 2 wir werden sie diesmal beenden und ich hoffe dass ihr wieder dabei seid der letzte stream kam ja richtig gut an bei mir und ja ich hoffe dass wir das bei diesem stream dann wiederholen können ich hoffe wir sehen uns heute abend und ach ja gestreamt wird natürlich über youtube also da einfach auf kanal gehen dann seht ihr das und dann sehen wir uns da hoffentlich wieder tschüss und bis nachher beenden beenden beenden